Viparita Hastabhuna Manasana ist eine Variation der sitzenden Grätscher mit Händen hinter dem Rücken. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Sitzhaltung mit gestreckten Beinen. Von hier gibst du die Beine entweder etwas auseinander oder weiter auseinander. Dann gibst du den Kopf auf den Boden und die Hände hinter dem Rücken. Du gibst die Fingerspitzen hoch Richtung Hinterkopf und gibst die Handflächen zusammen. Viparita Hastabhuna Namaskara heißt eben die Hände umgekehrt und die Großhaltung am Rücken. Gut, hier ist es nur Viparita Hastabhuna, also die Hände auf der anderen Seite. Und Bhunamana bedeutet Ehrerbindung der Mutter Erde. Und so verneigst du dich auf die Erde und hast die Hände hinter dem Rücken zusammen, was auch eine Grußhaltung ist. Du könntest auch sagen, mit Bauch und Brust grüßt du die Erde und mit den Händen am Rücken grüßt du den Himmel. Und so verneigst du dich auf die Erde und mit den Händen am Rücken. Und so verneigst du dich auf die Erde. Und so verneigst du dich auf